So und jetzt beginnen wir mit dem eigentlichen Video und zwar geht es heute um den perfekten Start in FIFA 19. Das Ganze wird eine Serie auf meinem Kanal werden, das heißt das ist jetzt auf jeden Fall mal der erste Teil dieser Serie. Und da habe ich vier sehr hilfreiche Tipps mitgebracht, welche ihr vor allem auch in der Web App anwenden könnt. Also diese Tipps sind wirklich für ganz, ganz am Anfang von FIFA 19 gedacht. Und ja, falls ihr mehr FIFA 19 Stuff sehen wollt, einen weiteren Teil vom perfekten Start in FIFA 19, lasst jetzt den Daumen nach oben, da würde mich unfassbar freuen. Und dann gehen wir auch schon rein in den ersten Tipp und zwar geht es hierbei um die Web App. Ihr müsst die Web App unbedingt nutzen. Die Web App könnt ihr auf eurem PC abrufen, dort müsst ihr euch mit euren Daten einloggen und dann seid ihr dort eben in eurem Account drinnen. Und nein, man muss dazu nicht irgendwie PC Spieler sein, sondern das geht wirklich für Xbox und PS4 Spieler natürlich auch. Den Link zur Web App habe ich euch auch in die Beschreibung gepackt, das ist natürlich jetzt die FIFA 18 Web App, aber da werdet ihr dann auch zur FIFA 19 Web App weitergeleitet, beziehungsweise die ist dann dort auch auf der Seite verfügbar. Und diese Web App ist eben zum Start sehr, sehr wichtig, denn die kommt schon zwei Wochen vor Release raus. Und da könnt ihr dann schon ansatzweise FIFA 19 spielen. Und da das eben auch nicht viele wissen, könnt ihr das auch zu eurem Vorteil nutzen. Natürlich, erfahrene FIFA Spieler wissen ja, die Web App gibt es, da muss man sich einloggen und da muss man auf jeden Fall schon vorher Gas geben und dort eben viele Coins erwirtschaften. Aber einige wissen es eben nicht und deswegen ist es vor allem für Anfänger sehr wichtig, eben da auch in die Web App reinzugehen. Und zwar gibt es da einige Tipps und einer davon ist eben zum Beispiel, dass man sich die Tagesgeschenke dort unbedingt abholen muss. Denn zu Beginn eines neuen FIFA Teils bekommt man immer Tagesgeschenke gratis in der Web App. Unter anderem bekommt man sie sogar jetzt auch schon auf der Companion App, also eben auf der Handy App. Und diese Tagesgeschenke müsst ihr unbedingt abstauben. Tagesgeschenke heißt jeden Tag ein Geschenk von EA, also von FIFA 19. Und das können Coins sein, das können aber auch Packs sein. Die beste Belohnung war in den letzten Jahren immer 5000 Coins. Und das ist verdammt viel, wenn du einfach so 5000 Coins zum Anfang von FIFA 19 bekommst. Denn zu Beginn sind die Coins natürlich unfassbar viel wert und jeder einzelne Coin zählt. Deswegen können da eben 5000 Coins extrem viel Unterschied ausmachen. Und mit diesen Coins kann man dann natürlich eben traden und noch mehr Coins draus machen. Deswegen ganz wichtig, tut euch selbst den Gefallen und schaut jeden Tag in die Web App oder Companion App rein und holt euch dort eure Coins oder eben Packs ab. Das Ganze würde ich euch auch raten mit dem zweiten Account zu machen, denn mit ganz, ganz, ganz viel Glück zieht ihr dort vielleicht eine gute Karte und dann könnt ihr das eigentlich zu eurem Hauptaccount machen. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendwie Ronaldo oder so zieht, könnt ihr ja sagen, yo, dann mache ich das jetzt in FIFA 19 einfach zu meinem Hauptaccount. Ja, das ist der erste Tipp gewesen, Tagesgeschenke unbedingt abholen. Wer das nicht macht, ist selbst schuld, aber das ist wirklich, wirklich ein einfacher Tipp und ein wichtiger Tipp. So, dann gehen wir rein in das zweite Thema und ich habe es ja gerade kurz angeschnitten. Was ist, wenn ihr einen guten Spieler zieht? Angenommen, ihr zieht irgendwie einen guten Spieler, der tradable ist. Was macht ihr dann? Verkauft ihr den Spieler? Behaltet ihr ihn? Wie geht er mit dieser Situation um? Und jetzt werden sich vielleicht einige fragen, yo, wie soll ich denn überhaupt ein Pack ziehen? Ich habe ja gar keine Coins. Ja, Packs mit Coins ziehen ist sowieso absoluter Bullshit. Würde ich euch absolut gar nicht raten. Aber man bekommt, wenn man viele FIFA-Teile gespielt hat, also für alle, die jetzt eben FIFA 18 gespielt haben, dann bekommt man in FIFA 19 auch nochmal Free-Packs und die seht ihr dann eben auch in der Web-App. Und aus diesen Packs kann eben mit ganz viel Glück so ein Ronaldo drin sein, ein Messi, vielleicht auch einfach nur ein Bale oder so, der auch schon sehr, sehr viel wert ist. Und da müsst ihr wirklich richtig umgehen und zwar dürft ihr die Spieler nicht direkt verkaufen. Es gibt da jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr wartet bis zu dem Release von FIFA 19 und verkauft sie dann, denn dann sind sie auf jeden Fall mehr wert als eben in der Web-App-Phase. Oder ihr verkauft sie nochmal zwei Wochen nach dem Release, also rund um den 15. Oktober, denn da sind die Spieler anscheinend sehr, sehr teuer. Das Ganze habe ich in den Statistiken auch nachgeschaut und da war tatsächlich Ronaldo zu diesem Zeitpunkt eigentlich sehr, sehr teuer. Deswegen würde ich euch eher raten, vielleicht sogar zwei Wochen noch zu warten und den Spieler dann zu verkaufen. Es ist aber natürlich auch keine schlechte Möglichkeit, den Spieler eben zu Release zu verkaufen und dann mit den Coins extrem viel anzufangen, extrem viel zu traden eben. Ihr könnt natürlich auch den Spieler direkt verkaufen, nachdem ihr ihn gezogen habt, aber dann müsst ihr die Coins, die ihr dadurch bekommt, extrem, extrem, extrem schnell in Trading einsetzen. Denn sonst werden diese Coins umso länger, die auf eurem Account sind, immer, immer weniger wert und das darf auf jeden Fall nicht so sein. Deswegen verkauft den Spieler entweder zu Release oder circa zwei Wochen nachher. Ich würde euch raten, zwei Wochen nachher, denn da ist der Spieler am meisten Coins wert. Und allgemein auch so ein kleiner Tipp, Jungs. Wenn ihr Coins irgendwie habt in der Web App oder am Anfang von FIFA 19, dann tradet damit. Ihr müsst ganz viel handeln. Dazu kann man sich auch einfach Videos und so anschauen. Also das ist unfassbar wichtig. Und das ist eigentlich auch schon der dritte Tipp. Ihr müsst unbedingt viel traden. Wer das nicht macht, ist wirklich selber schuld. Es gibt teilweise Methoden, da kannst du wirklich ganz einfach deine Coins vervielfachen. Du kannst zum Beispiel einfach mit Trikots handeln in der Web App. Ja, es gibt Trikots, die sind 1000 Coins wert, warum auch immer, das sind irgendwelche Special Trikots. Und die kannst du einfach günstig erbieten. Du kannst sie snipen, du kannst alle anderen Spieler snipen. Jeder ist nur in der Web App. Das heißt, jeder snipet auch nur so schnell eben wie du. Das heißt, du kannst nicht die Ausrede nutzen, dass man in der Web App nicht snipen kann, denn jeder muss dann in der Web App die Spieler schnell kaufen und hat auch keinen Controller zur Verfügung. Und falls ihr absolut keine Ahnung vom Handeln in FIFA habt, dann schaut ihr entweder meine Videos, ich mache nämlich auch Trading Tipps und so zu FIFA 19 natürlich wieder, oder ihr schaut einfach andere Videos auf YouTube, ihr forscht euch im Internet mal durch, was gibt es da für Methoden und so. Durch Recherche werdet ihr an sehr, sehr viele Coins kommen, das könnt ihr mir echt glauben. Deswegen niemals Coins einfach sitzen lassen, ihr müsst die unbedingt in Umlauf bringen, eure Transferliste muss einfach so voll wie möglich sein. Denn auch wenn ihr eine Karte für 400 Münzen kauft und sie für 450 verkauft, habt ihr Gewinn gemacht und jeder Gewinn zählt am Anfang von FIFA 19. Ja und das war jetzt eigentlich auch der dritte Tipp, beziehungsweise da habe ich eigentlich auch noch was notiert. Und zwar, dass ihr eben mit diesen Coins lieber traden solltet, anstatt eben ein Team zu bauen. Das machen eben ganz, ganz viele Leute falsch. Die haben irgendwie 5000 Coins erwirtschaftet und geben das direkt für ein Team aus und haben dann gar keine Coins mehr und warten dann nur noch bis zum Beginn von FIFA 19. Und das ist natürlich überhaupt nichts in der Sache, denn wenn du dir ein Team in der Web App baust, kannst du die Spieler ja sowieso noch nicht spielen, weil das Spiel ja noch gar nicht draußen ist. Also das ist wirklich eines der dümmsten Sachen, die man machen kann, dass man die Coins direkt für ein Team ausgibt. Also ihr könnt schon in den Spieler investieren und so, das macht schon teilweise Sinn, aber niemals irgendwie ein Team versuchen zu bauen. Also das würde ich wirklich erst zu Release machen. Was man natürlich schon machen kann, man kann sich für 300 Münzen jeweils Goldspieler kaufen und aus diesen dann eben ein Team bauen, denn die kann man ja auch für 300 Münzen wieder abstoßen. Also das kann man sich überlegen, aber ihr müsst immer bedenken, alle Münzen, die ihr ausgebt, also falls ihr euch zum Beispiel jetzt eben für 5000 Münzen ein günstiges Team baut, dann habt ihr keine Coins zum Traden oder habt ihr weniger Coins zum Traden und könnt dadurch auch weniger Gewinn machen. Also das war es jetzt eben zum Team bauen und zum Traden. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ihr da richtig handelt. Und jetzt kommen wir nochmal zum vierten Thema und das ist der Early Access beziehungsweise die günstigste Version in FIFA 19. Denn ihr wisst ja sicher, dass es verschiedene Versionen gibt. Es gibt ja jetzt auch die Champions League Version von FIFA 19, die kostet dann eben 100 Euro und dafür habt ihr dann eben gewisse Vorteile, unter anderem Gratis-Packs und eben auch, dass ihr das Spiel FIFA 19 schon wirklich früher spielen könnt. Das heißt, die Vollversion ist für euch früher verfügbar und das heißt wiederum, dass ihr einen Vorteil gegenüber anderen Spielern habt. Nachteil an der ganzen Sache, die Version, diese bessere Version, wo ihr früher spielen könnt, kostet euch natürlich mehr Geld als die Standard-Version. Allerdings bekommt ihr so viele Packs, dass sich die Packs lohnen. Also wenn ihr die Packs normal kaufen würdet in FIFA 19, würde das circa aufs selbe kommen. Also ihr kauft euch damit nicht nur, dass ihr früher spielen könnt, sondern ihr kauft euch eigentlich Gratis-Packs dazu. Achso, sorry, ich glaube, ich habe vorhin gesagt, die Champions Edition ist die beste, aber das stimmt nicht. Es ist die Standard-Version, dann eben die Champions Edition und dann kommt eben die Ultimate Edition. Die Champions Edition dürfte, denke ich, wieder 90 Euro kosten und die Ultimate Edition dann eben 100 Euro und das normale Spiel 70 Euro. Und bei der Version für 90 Euro bekommt ihr eben diese drei Tage frühere Spielzeit plus 20 Jumbo Premium Gold Packs, also 15k Packs, plus einen Leihspieler Ronaldo und so. Also man bekommt da schon auf jeden Fall coole Sachen dazu. Also solltet ihr euch da unbedingt überlegen, macht es für euch Sinn, euch so eine Version zu kaufen? Für mich als YouTuber macht es auf jeden Fall Sinn, weil ich dann einfach drei Tage früher die Vollversion von FIFA 19 spielen kann. Aber diese Entscheidung muss eben wirklich jeder selber treffen. Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Für mich macht es Sinn und ich denke, für einige von euch wird es auch Sinn machen. Ja und damit war es das jetzt auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 19 Video. Falls es dir gefallen hat, lass wirklich einen Daumen nach oben da, denn der perfekte Start in FIFA 19 ist, denke ich, sehr wichtig und da kann ich euch, denke ich, mit der Erfahrung, die ich mittlerweile habe, sehr, sehr weiterhelfen. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab, gerne auch, wie gesagt, noch für mich voten, das Ganze geht noch neun Tage, wäre unfassbar geil, wenn du mich da unterstützen würdest. Und damit bin ich raus, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, wir hören uns beim nächsten Mal, habt immer. Hi Hopes, bis zum nächsten Mal und ciao!